Moin moin Leute, heute geht's dann schlussendlich, endlich auf die Aurora, die letztes Mal so explodiert ist. Oh Gott, oh Gott, Hilfe, es wackelt, Hilfe! Und wir haben noch 15% Energie, also ich muss mich hier beeilen, bzw. ich bin ja schon da. Aber, hier ist nichts, ähm, okay, das ist, also hier ist es ja wirklich gar nicht. Hier ist ja Null. Ich glaube, ich war hier schon mal. Wo ich so übernachdenke. Aber ich dachte, da hätte man da runterge... Oh Gott, was ist das? Oh Gott, ich renne ja schon. Ja, nein, 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 nein. Okay, kommt man hier durch? Kommt man hier durch? Kommt man hier, lass mich durch. Oh Gott. Okay, man kann den Schreibtisch schon mal scannen, das ist schon mal positiv. Ähm. Aber rein kommt man da nicht. Aber da hinten ist Feuer, das heißt, da komme ich definitiv rein. Ich brauche nur ein Feuerlöscher, den ich nicht mitgenommen habe. Okay, was ist das für ein Ding? Eine Höhlenkrabbe. Na, bleib mal kurz hier, bleib mal kurz hier. Sehr gut. So. Was wissen wir über die Höhlenkrabbe? Klinker, reviergebundener Aasfresser. Gut, auch angebracht. Oh Gott. Oh Gott. Okay, ich gehe ja schon. Ich gehe ja schon. Hauptsache weg hier. Ich bin weg. Ich bin weg. Oh Gott. Hilfe, die Aurora bricht mir sind ab. Oh Gott. Wir lassen uns noch mal ein Stück hier lang schwimmen. Obwohl ich eigentlich sagen muss, so in tiefen Graben zu schwimmen, ist keine gute Idee. Wir werden sowieso verhungern, also von daher, dann kann ich auch noch hier in tiefen Graben schwimmen. Ich schaffe das, glaube ich, so nicht mehr nach Hause ohne zu verhungern. Aber ich will jetzt noch einmal gucken, wie sieht die denn von vorne aus. So, also das ist die Aurora. Die sieht, ähm... Das sieht so gleichmäßig verbrannt aus. Das müsst ihr euch mal so angucken. Sieht einfach wirklich so gleichmäßig aus. Und da oben kommt man anscheinend auch hin. Okay. Wir tauchen jetzt mal einfach runter. Wir gucken mal, wie tief sie runter geht. Oh Gott. Oh Gott, ist das tief. Oh Gott, wir sind jetzt bei 150 Metern. Und... Da ist irgendwas. Oh Gott, und gleich fällt uns irgendwas an und dann kriege ich den Sch... Schock meines Lebens. Hilfe. Oh mein Gott. Okay. Subkanon-Fragment. Ich will das erkunden, aber einmal noch. Und dann geht's wieder hoch. Oh Gott, zwei Prozent. Ah, das schaffe ich nicht. Ich bin 300 Meter unter Wasser. Okay, ich dachte, wir sind verhungern. Aber... Ja, ich bin ertrunken. Oh Gott. Ich hatte so richtig Sorge, da fällt mich jetzt irgendwas an. Oh, okay. Wir haben es geschafft. So, und jetzt... Heute geht es dann nämlich zur... Also erstmal brauchen wir eine neue Batterie, deswegen zahm ich in der F2-Säure-Pilze. Haben wir noch einen Kupfer? Bitte haben wir noch einen Kupfer, bitte haben wir noch einen Kupfer, bitte haben wir noch einen Kupfer, bitte. Wir haben noch einen Kupfer, das ist super. Jetzt geht es wieder hoch. Und dann stellen wir direkt eine neue Batterie her. Ich bin nämlich der Meinung, man kann die Batterien dann wechseln, wenn die leer ist. Deswegen bin ich dann schon mal ganz beruhigt. Und dann müssen wir mal gucken, was ist das? Ein genau, ein Täuschungsding, aber das brauchen wir alles nicht. Eine Kiste. Das ist natürlich ein 4x4 Lagerbäder, den könnte ich aber eigentlich ganz gut gebrauchen. Stellen wir den mal her. Und unser Inventar ist voll. Das meine ich nämlich. Also wir können nicht mehr so eine Kiste platzieren. Gut, wenn die 4x4 ist, dann werde ich vermutlich 4x4 Platz haben müssen. So, ich muss jetzt das alles wieder hier durchnummerieren, weil da eben kein Platz mehr war. Jetzt noch das. Oh Gott, ich kann das nicht. Warte einen Moment. So. Oh, wir haben eine neue Nachricht. Mal sehen schon, wo die jetzt kommt. Dann gucken wir mal. Land, Messer. Nee, wir hören sie nicht. Okay. Ja. Aurora, ich bin auf der leeren Seite des Systems. Es wird mehr als eine Woche dauern. Ja. Bitte. Ich werde sie morgen wieder probieren. Mal sehen, was der Langrange-Scan aufbaut. In der Zwischenzeit. Der verdammt Charter wird uns verbrauchen, dass wir unseren Profit-Margin verbrauchen. Wir haben Aarons für Altera. Hilfe. Oh Gott. So, jetzt haben wir auch Platz. Und jetzt muss ich mal was nachgucken. Wir brauchen nämlich ein Kabel-Satz und noch irgendwas. So, jetzt müssen wir nämlich mal nachgucken, weil ich würde gerne Ich finde, die Pumpe ist auch was Cooles. Ich würde gerne etwas herstellen. Und zwar würde ich nämlich gerne Ich würde nämlich gerne was herstellen. Jetzt muss ich aber gucken, wie das heißt. Jetzt seht euch das an, aber wir haben keinen Raum. Wir haben nur einen Mehrzweck-Raum, aber da haben wir die Bestandteile noch nicht gefunden. Deswegen können wir noch nichts bauen, würde ich sagen. Und am Ende, ja, das ist ja nicht so geil. Wir brauchen ja einen richtigen Raum. Hm. Ich wollte eine Schubkanone. Das ist auf jeden Fall cool. Was auch immer die macht, die will ich haben. Und einen Laserschneider, den brauchen wir auch. Taucher alleine. Eine Taschen... Eine Taschenlampe wäre auch. Gut, ein Kompass. So. Computerchip, dafür brauchen wir Gold und Kupfer. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf... Na. Na ja, wir können ja erstmal zum Seemotendeck gehen, denn... Vielleicht gibt es da ja noch Gold oder Kupfer, was wir verwenden können. Gehen wir mal los. Es war nur ein kurzer Ausflug zur Aurora, aber das ist da ja echt gefährlich. Und ohne den Laserschneider kommen wir da nicht sehr weit, deswegen... Verschieben wir das auf ein anderes Mal. Also wir waren auf jeden Fall da. Und ich bin auf jeden Fall verblüfft. Und das geht da ja tief runter. Oh Gott. Also ich weiß, es gibt noch irgendwas, was gruseliger ist als... Oh. Das ist eine Seemotte. Das ist ein Seemottenteil. Wenn wir drei Stück haben, können wir uns eine Seemotte hier erstellen. Stellt euch das vor so ein U-Mot. Das ist ja so voll geil. Oh Gott, ich gehe mit der Stimme mal hoch, wenn ich mich total freue. Und zwei Prozent, dann ist unser Seegleiter leer. Also wer hätte das gedacht, dass er so schnell leer geht? Ich habe mir in Erinnerung, dass er länger hält. Aber... Okay, wir tauchen wieder runter. Oh Gott. Vorsichtig. So, dann geht es hier rein. Und auch die sind tot. So. Besasst uns auch rein. Wir müssen das alles mal auf jeden Fall angucken. Kann ich das haben? Nee. Und... Okay, ist hier noch was? Nein, nein, da ist nicht. Da ist nicht. Okay. Ruhet in Frieden, meine Freunde. So, seht ihr. Mit R können wir jetzt die Energiequelle nutzen. Die werden so grün, wenn ihr leert. Und dann nehmen wir eine neue. Und dann läuft das nämlich wieder. So. Wir suchen mal weiter. Nach einem Seemottenteil. Ich verspreche... Nee. Da ist der Laserschneider. Komm schon, gib mal was von Laserschneider. Komm, 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 komm. Super, dann haben wir jetzt Laserschneiden. Oh Gott, nein, 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 nein. Komm, es sind nur 100 Meter. Komm, gib Gas. 50. Komm, gib Gas. Nein. Oh nein. Es waren nur 50 Meter. Na ja, na ja, 20. Verdammt. Oh. Ich darf... Schon das zweite Mal. Das kann doch nicht wahr sein. Ich lasse jetzt wenigstens ein paar Tage aus. Stellt euch vor, jetzt hätten wir Hardcore gemacht. Ja. Genau. Genau, deswegen haben wir nämlich kein Hardcore gemacht. Hätten wir das gemacht. Ihr habt es gesehen, ich wäre jetzt das dritte Mal gestorben. Entweder wäre ich an Hunger gestorben, oder ich wäre ertrunken zweimal, weil ich da nicht drauf geachtet habe. Wir brauchen auf jeden Fall eine größere Taucherflasche. Aber deswegen bin ich froh, ich kenne mich und habe deswegen nicht Hardcore genommen, damit wir nicht nach einem Mal direkt tot sind. Okay. Also, Taucherkapsel 17 entdeckt. 30 Sekunden. Okay, wir tauchen jetzt eher nach oben. Und dann sollte es auch hell werden. Das sollte... Also, es sieht schon so aus, ob es heller werden. Könnte aber auch am Mond liegen. So. Okay, ein anderer Planet und ein Mond. So. Und dann geht es wieder runter. Und da liegt sogar noch die PDA, die wir suchen. Nö. Aber... Oh Gott, wir sind gar nicht hier. Aber... Ein Seemotten... Ah, nein. Nice, dann haben wir das dritte Seemottenfragment. Das ist auf jeden Fall cool. Ist ja sonst noch was. Nee, hier ist nichts. Hm. 30 Sekunden. Okay, dann geht es nochmal wieder an die Luft. Und dann gucken wir uns nochmal das restliche Wrack an. Das kann ja nicht alles sein, dass das nur Seemotten sind. Und da müssen wir mal gucken, was wir für die Seemotte brauchen. Also ich weiß, auf jeden Fall gibt es noch ein zweites U-Boot und das ist noch größer. Verdammt, erst zwei von drei Fragmenten. Also das erste brauchen wir zum Entdecken der Seemotte und das zweite dann... Okay, das verstehe ich. Da unten scheint aber noch was zu sein. Ja. Basis-Bio-Reaktor. Okay. Also da lag ich dann doch nicht so falsch. Oh Gott, nein. Nein, 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 nein. Ich bin da. Was ist das? Okay, hier ist noch was. Scanraumfragment. Gut. Alles, was irgendwelche Fragmente sind, finde ich gut so. Okay, wir müssen natürlich wieder an die Luft, denn es wird knapp. Oh, wir brauchen noch ein drittes Seemotte-Fragment. Vorher will ich gar nicht aufhören. Und ich warte ehrlich gesagt drauf, dass es verhelfen wird. Ah, okay. Morgentermachung, das ist gut. Dann tauche ich damit jetzt den letzten Ruf mal runter. Ich hoffe, da... Oh, da ist ein drittes Seemotte-Fragment. Oh mein Gott. Nee. Basis-Bio-Reaktor. Verdammt. Vorher noch ein drittes Seemotte-Fragment. Acquired. Detail-Schrott. Detail-Schrott. Ach komm schon. Wir sind so nahe dran, unsere eigene Seemotte zu haben. Das kann doch nicht sein. Das fühlt mich so ärgern. Okay, das scheint so ein Bio-Reaktor-Bing oder so zu sein. Können wir nicht scannen? Können wir alles nicht scannen? Können wir alles nicht scannen? Hier waren wir schon. Nee, hier ist auch nichts. Doch, doch. Okay, dann... Gen-Raum-Fragment. Okay, das ist schade. Ähm... Dann werden wir mal schnell jetzt an die Gupke gehen. Na komm. Nein! 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 Ertrick dich doch mal! Komm schon! Ich krieg die Krise! Ich bin das dritte Mal ertrunken! Heute ist nicht mein Tag! Okay. Dann nehmen wir damit jetzt erstmal auf. Ich hoffe, ihr schaut morgen wieder rein. Und damit sage ich... Ciao, ciao!